Das Transferfenster in der Türkei ist geschlossen, noch nicht ganz, aber unsere türkischen Vertreter haben ihre Kader für die Europa League bzw. Conference League abgegeben. Somit ist eigentlich 90-95% der Kaderplanung vollendet. Vielleicht kommt noch der ein oder andere Transfer zu der ein oder anderen Mannschaft, aber wir nehmen jetzt einfach mal die aktuellen Kader und haben unsere Startaufstellungen für das jeweilige Team gebaut. Aussi macht Fennert, Juli macht Pistasch, ich mache Gala, Alpay ist leider nicht da, deswegen ich habe heute die AD, ich mache auch die Trabson-Aufstellung. Und ich hätte gesagt, wir fangen auch direkt mit Trabson an. Neuer Trainer, neues Glück, Channel Güneş. Die Super League-Schallplatte hängt sich immer an der gleichen Stelle auf und wir sind immer die gleichen Trainer. Aber an sich ist ja Channel Güneş ein sehr erfolgreicher Super League-Trainer. Ich habe mir jetzt mal angeschaut, in welchen Formationen er die letzten Spiele so ein bisschen spielen lassen hat. Ich habe 4-3 gesehen, ich habe 4-5-1 gesehen, ich habe 4-4-1-1 gesehen. Aber ich glaube, so mit einem 4-2-3-1 sind wir hier am sichersten. Auch was den Kader angeht, ist das, glaube ich, die beste Formation. Und ich hätte gesagt, wir fangen direkt an und natürlich Urjan Chakir muss ins Tor, ganz klar. Die aktuelle Leistung verspricht einiges für die Zukunft. Vielleicht erreicht er wieder mal seinen Peak, wie vor 3-4 Jahren. Und Urjan ist auf jeden Fall im Tor und wir fangen mit dem Rechtsverteidiger an. Pedro Malero, er hat noch einiges zu lernen, aber ich finde, er zeigt schon gute Ansätze. Deswegen Pedro Malero auf der Rechtsverteidiger-Position. Machen wir weiter mit dem Innenverteidiger-Duo. 21 Stefan Savic und Salazar Sachi bilden bei mir das IV-Duo. Der liebe Stefan ist, glaube ich, der erfahrenste Innenverteidiger der Super League aktuell. Sicherlich auch der Leader der Viererkette. Und Salazar Sachi, Ex-Bichter-Spieler, junger, ambitionierter Innenverteidiger. Und ich glaube, mit einem Stefan Savic an seiner Seite wird er noch einiges lernen. Also bis jetzt echt eine gute Abwehrkette. Und den linken Verteidiger bildet dann Borna Barisic. Ich hätte jetzt auch Erden Elmale nehmen können. Ja, er ist sicherlich athletischer und schneller als Borna Barisic. Aber ich bin kein großer Freund von Erden Elmale. Und du hast jetzt mit Pedro Malero schon einen etwas offensiveren Außenverteidiger. Da kannst du auch den meiner Meinung nach besseren, vielleicht etwas defensiveren. Aber Barisic finde ich da angebracht. Also bis jetzt echt eine gute Aufstellung, meiner Meinung nach, für Trabson-Verhältnisse. Und genauso defensiv geht es auch bei den zwei Sechsen weiter. Wir haben Okkai und Batista Mondi. Okkai, Jokoslu. Ich halte viel von Okkai. Auch in der Nationalmannschaft, jetzt in der EM, fand ich ihn gut, wenn er eingewechselt worden ist. Und ja, auch Batista Mondi war vielleicht nach Onoace der beste Spieler letztes Jahr bei Trabson. Also bis jetzt, deine Defensivspieler sind bombenfest. Und du solltest mit denen, auf Papier zumindest, hinten keine Probleme haben. Aber wir müssen ja auch ein bisschen was für die Offensive tun. Deswegen hätte ich gesagt, wir fangen mal mit dem Linksflügel an. Orsic ist jetzt gesetzter Linksflügel bei mir. Auch ein guter Spieler. Letztes Jahr viel Glück, äh, viel Glück, viel Pech gehabt. Direkt mit einem Kreuzbandriss in die Saison gestartet. Diese Saison ist seine Saison. Also wenn, dann jetzt. Wenn nicht, dann braucht er auch wirklich dieses Trabson-Trykot nicht zu tragen. Und auf dem Rechtsflügel natürlich Edin Vistia. Du hast jetzt auch einen Djan Canak. Ein talentierter, junger, ambitionierter Spieler. Ich denke aber, um Vistia auf die Bank zu setzen, ist es noch etwas zu früh. Vielleicht im Januar, vielleicht erst nächstes Jahr. Bis dahin muss er sich noch ein bisschen entwickeln. Aber Vistia ist der Mann bei Trabson. Und ich glaube weiterhin, dass er Gutes leisten wird. Auch unter Schnell und Güneş. Auf der 10er-Position. Lange hat Trabson für ihn getwerkt. Und ja, es war erfolgreich. Mohamed Cham ist auf der 10. Ich bin echt gespannt. Man hat echt lange auf ihn gewartet. Jetzt ist er gekommen. Und unter Schnell und Güneş könnte das schon echt sexy werden, diese Offensive. Also Mohamed Cham links, Vistia rechts, Orsic. Und im Sturm Banser ebenfalls von Braga ausgeliehen worden. Mit einem aktuellen Marktwert von 18 Millionen. Also ey, diese Vierer-Offensive, gepaart mit der bombenfesten Defensive, ist eigentlich ein gutes Grundgerüst. Ich finde auch generell, dass Trabson sowohl in der Tiefe als auch in der Breite einen guten Kader hat. Manchmal ein bisschen unbalanced so. Aber Schnell und Güneş kommt in die Super League. Und jeder weiß eigentlich, dass er Gutes leisten wird. Er wird fix besser als Abdul-Avj. Ich bin ein bisschen traurig, dass Onor schon nicht da ist. Ich bin ehrlich, nach der Saison und auch nachdem er jeden Verein abgelehnt hat, um bei Trabson spielen zu dürfen. Ich glaube, er hat nicht mal seine Wohnung in Trabson irgendwie ausgeräumt. Hätte ich gerne einen Onor schon gesehen, aber wird wahrscheinlich doch nichts. Nichtsdestotrotz, Bansa ist ein sehr guter alternativer Name. Und das wäre meine Startaufstellung. Jetzt liegt es an Herrn Dinosaurier-Güneş. Mal schauen, was er draus machen wird. So Freunde, dann kommt Ike, Besiktas. Also erstmal, ich finde, Besiktas hat ordentlich an Breite dazugewonnen. Das war sehr, sehr wichtig. Ich würde dem Transferfenster schon fast eine 9 von 10 eigentlich geben. Eine 10 von 10 wäre es eigentlich nur, wenn man noch bessere Außenverteidiger geholt hätte. Aber dass man so viele Löcher stopfen konnte mit einer Transferperiode, mit wirklich sehr schlauen und gezielten Transfers, finde ich respektabel. Da ziehe ich meinen imaginären Hut vor. Nicht zuletzt, vor allem durch diese Transfers, die jetzt in der Breite getätigt wurden oder für die Breite getätigt wurden. Jean-Mario relativ zum Ende verpflichtet. Felix Udukay kam spät, hat schon ein Spiel gemacht, hat super überzeugt. Allein durch diese Neuverpflichtung ist es mir schon schwer gefallen, erstmal ein System auszuwählen. Und dann natürlich auch, wie besetze ich die Positionen. Wenn ich eine Schwäche sehe, Jonas Svensson, Masuaku, machst du erstmal nichts falsch mit. Aber mal gucken, wie sich das auf eine lange Saison ziehen wird. Da habe ich so ein bisschen meine Probleme und meine Fragezeichen. Und deswegen habe ich mich halt auch umgeschaut nach einer Dreierkette. Weil dann hättest du eben diese Außenverteidiger nicht. Und könnte es links vielleicht mit Masuaku spielen, der einen guten Offensivdrang hat, aber auch mit nach hinten gehen kann. Und auf der rechten Seite dann mit Rashica, den man auch aus alten Gala-Zeiten noch kennt. Seine Rückwärtsbewegung war sehr, sehr stark. Aber das Problem ist leider, dass Felix Udukay und Imbirantopcu beides Linksfüßler sind. Deswegen traue ich mich das nicht. Das wäre eh schon riskant gewesen. Und zwei Linksfüßler in der Dreierkette, schwierig. Zumal Paulista, den brauche ich im Zentrum. Weil für die Halbräume ist er mir dann doch zu langsam. Deswegen ist es eine Viererkette geworden. Um genauer zu sein, ist es das 4-3-1-2 geworden. 4-3-1-2 im Tor mit Mert Günog. Ganz klar, die Nummer 1 der Türkei. Die Nummer 1 von Bicicac. Bis hierhin eine solide Saison, eine solide EM auch gespielt. Hoffen wir einfach mal, dass Patzer oder ein schlechtes Aufbauspiel einfach der Vergangenheit angehören. Und dann sind wir eigentlich mit Mert Günog gut bedient. Auf der Linksverteidigerposition Masuaku, wie schon gesagt. Also die Außenverteidiger sind so ein bisschen meine Baustellen hier. Masuaku, eigentlich ein guter Spieler. Wenn er fit bleibt, wenn er konstant seine Leistung abruft, dann kannst du ihn blind aufstellen. Auf der IV links. Und das ist jetzt schon der erste. Also ich habe viele Spieler, die ich leider nicht in die Startelf packe. Und der erste ist Emran Topcu. Eigentlich für mich ein klarer Stammspieler. Ich habe mich sehr über den Transfer gefreut. Türke, junger Spieler, großes Potenzial. Linksfuß. Aber Felix Udukwey ebenfalls Linksfuß. Auch großes Potenzial. Bundesliga-Erfahrung. Und sein Debüt war halt sehr, sehr, sehr stark. Wird ein Konkurrenzkampf zwischen den beiden? Weil ich denke, Paulista rechts daneben ist schon gesetzt. Er ist auch der Leader da hinten drin. Sehr erfahren. Große Spiele, große Bühne. Schon erlebt Premier League, gespielt bei Arsenal, bei Atletico in der La Liga. Also der sollte da hinten als Leader, als Anführer dieser Truppe gesetzt sein. Von dem können Udukwey und Emran Topcu noch viel lernen. Aber ja, Felix Udukwey und Emran Topcu ist schon ein bisschen traurig. Aber an sich gut. Ich meine, Konkurrenz belegt das Geschäft. Und genau das brauchen wir. Wir haben lange rumgeholt. Ey, die Breite in der Verteidigung passt nicht. Jetzt hast du zwei gute Innenverteidiger. Bei Emran Topcu wünschen wir auf jeden Fall, dass er eigentlich der Stammspieler wird. Weil eben er ist Türke. Und als Linksfuß glaube ich, dass er auch für die Nationalmannschaft sehr, sehr wichtig werden kann. Montella hat ihn jetzt auch schon berufen. Und bei Gala haben wir einen etwas strauchelnden Abdurkeren Badakce. Und eventuell könnte er ihm ein bisschen Feuer unterm Hintermachen als Linksfuß für seine Position. Deswegen ist es wichtig, dass er eigentlich spielt. Aber ich gehe jetzt erstmal mit Felix Udukwey. So, und auf der rechten außenverteidigen Position haben wir Jonas Svensson. Ja, hat für mich klar die Nase vorn gegenüber Onor Bolut. So, und jetzt kommen wir zum Mittelfeld. Das Trumpfstück von Biskitosh. Im 4-3-1-2 ist mein erster Sechser etwas zurückfallen, Almusrati. Ich finde, diese zurückfallende Rolle nimmt er auch selber dankend an. Er ist immer derjenige, der sich etwas weiter Richtung Viererkette fallen lässt. Immer so in der Zentrale, so die Anspielstation, das Bindeglied zwischen Mittelfeld und Abwehr gibt. Und strahlt Sicherheit aus, Körperlichkeit, sehr, sehr robust, auch für die Zweikämpfe. Gutes Passspiel, sichere Seitenverlagerung, genau seine Aufgabe. Und das macht er eigentlich wie kein Zweiter so auf der Position in der Liga. Und da gibt es keine zwei Meinungen. Almusrati sehe ich aktuell auch keinen besseren in der Mannschaft. Getson im rechten Halbraum. Der hat Ausdauer wie im Pferd. Der kann vorne, der kann zurück, der kann die Flügel bergern, der kann im Zentrum dribbeln. Und der Getson, wie er aktuell ist, ist für mich der beste Getson, den ich so je gesehen habe. Und ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser Mannschaft. Und der erste Portugiese von dreien. Voll weg. So, und der zweite kommt jetzt. Gegenüber, also auf der anderen Seite, links als achter Jean-Mario. Ich muss ihn hier den Vorzug lassen. Einfach, weil er so ein genialer Kicker ist. Und mit dieser Connection auf der Zehn, Rafa Silva. Also das wird einfach so eine Harmonie ergeben. Getson, Jean-Mario und Rafa Silva. Und ich möchte da eigentlich auch gar nicht zu sehr ins Positionspiel gehen. Weil, wie gesagt, das sind solche Freigeister. Auf jeder Position kannst du dir eigentlich spielen lassen. Also, und Jean-Mario ist ein absoluter Mehrwert für diese Mannschaft. Bringt wieder Erfahrung mit. Wieder ein Leader, so für die Offensive auch. Das heißt dann, dass Rashica erstmal keinen Platz findet in diesem System. Er hat es bis hierhin eigentlich ganz gut gemacht. Aber auch hier wieder. Du hast keinen Rashica, du hast keinen Muji. Spieler, die letztes Jahr blind Stammspieler waren. Aber ganz ehrlich, Freunde. Konkurrenz belebt das Geschäft. Wie schon gesagt, wie auch bei der Abwehr. Es haben einige rumgeheult. Ey, hier, was passiert mit der Breite? Jetzt hast du deine Breite. Jetzt hast du dein Luxusproblem. Und hier, bitteschön, Konkurrenzkampf. Let's go. So, Jean-Mario, wenn er die PS nicht abspielen kann über 90 Minuten in seinem Alter vielleicht, dann kommt halt ein Muji rein oder ein Rashica. Und man geht auf ein 4-2-3-1 oder ein 4-1-4-1. Und dann hast du wieder Leute auf den Flügeln. Das ist eben das sehr, sehr Gute an Bichters aktuellen Spielerpool. Viele sind auf mehrere Positionen ausweichbar. Aufgrund der vielen Spiele, aufgrund der flexiblen Positionen wird jeder auf eine gute Anzahl an Minuten kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Auch ein Rashica, auch ein Muji wird es auch zuletzt gesehen. Aber ja, das ist so mein Mittelfeld. Auf der 6, Almusrati, Rafa Silva auf der 10 und die 2-8, Jean-Mario und Getson. So, und jetzt kommen wir zur Doppelspitze. Freunde, ich bin nicht der größte Fan davon, ziemlich auf den Flügel zu positionieren. Für mich ist er ein Stürmer. Und Chiro Immobile weicht auch gerne mal ins Mittelfeld aus. Gerne mal auf die Flügel. Sehe mich aber ebenso. Und ich denke mal, dass die sich zusammen im Doppelsturm nicht wirklich auf den Füßen stehen werden. Auch wenn du keine Flügelspieler hast, denke ich, dass du mit solchen Spielern wie Semich, wie Chiro, die sich viel bewegen, auch die Flügel jetzt auch gut positionieren kannst, dann Mitte frei wird für Jean-Mario, für Rafa Silva. Deswegen, glaube ich, kann das echt gut aufgehen. Und wie schon gesagt, Semich musst du einfach Spielminuten geben. Das ist so dein Talent. Du hast noch einen Mustafa Hekimol auf der Bank. Das sind deine Projects, die müssen spielen so und im besten Fall auch auf ihren besten Positionen. Und das ist für mich eben im Zentrum Semich. Und Chiro sowieso ganz klar vorne drin. Wenn ich Fenerbahce-Trainer wäre, würde ich genau so aufstellen. Im Tor natürlich, da gibt es keine zwei Meinungen. Dominik Livakovic. Die Viererkette, da kann man schon ein bisschen rumspielen, finde ich. So die Kaderbreite ist da. Boah, Rechtsverteidiger. Das ist wirklich für mich ein Problem. Was heißt Problem? Ich tue mich da schwer, wenn ich da den Vorzug geben würde. Aber ich würde tatsächlich bei Ossi Samuel bleiben. Vor allem würde er mit meinem Rechtsflügel besser harmonieren als Mert Mülder. Und seine Läufe ohne Ball sind sehr, sehr wichtig für die Mannschaft. Ich würde genau wie Mourinho spielen, dass mein Linksverteidiger eher die beiden Innenverteidiger mit absichert. Und da eine Dreiecke tippelt. Und mein Rechtsverteidiger darf mit nach vorne schieben. Digger, Alter, was ich gerade gesehen habe. Ratst du mal, was ich gerade sehen musste? Ratet in den Kommentaren jetzt. Auf jeden Fall, Rechtsverteidiger Ossi Samuel. Meine beiden Innenverteidiger. Da gibt es eigentlich auch die drei Namen. Ich finde alle drei sehr stark. Aber ich bleibe bei dem aktuellen Impfverteidiger-Duo, die auch Jose Mourinho aufs Feld bringt. Also für mich ist Giko so oder so, egal in welche Konstellation, als rechter Impfverteidiger gesetzt. Und der linke Impfverteidiger bekommt Charles Arsounji bei mir. Also der hat mich auch sehr, sehr überzeugt. In den letzten Spielen jetzt vor allem gegen Alanya hat er sein bestes Spiel für Feneri gemacht. Und ich glaube, mit dem Spielrhythmus, wenn er immer spielt, er hat das Vertrauen von Mourinho, kann er wirklich wieder zur alten Stärke fast zurückkehren. Wenn er genauso stark wird wie damals, dann eh goodnight. Aber ja, Charles Ard, der linke Verteidiger. Linksverteidiger Osterwolde natürlich. Wir haben ja auch keine Alternative. Das wird ja auch sehr kritisiert von den Fenerl-Fans, zu Recht. Da kann man nur mit Osterwolde spielen. Aber ich habe gar nicht meine Formation gesagt. 4-3-3 spiele ich. Ein Sechser, zwei Achter. So, mein Sechser. Ja, da wurde ein Spieler geholt, der Name ist Sofjan Amrabat. Das war auch teuer. Laie mit Kaufpflicht. Aber der muss erstmal an meinem Sechser, Ismail Yüksek, vorbei. Ich bin ein großer Ismail Yüksek-Fan. Der Sofjan, der soll sich erstmal akklimatisieren. Der soll erstmal Fuß fassen. Der soll erstmal wissen, wie der Koch heißt. Wie der Schuhputzer heißt. Der soll erstmal die ganze Mannschaft kennenlernen. So lange bleibt Ismail Yüksek mein Sechser. Und die zwei Achter vor ihm. Ja, im Mittelfeld. So unsere größte Baustelle so. Mit den wenigsten Optionen. Da kann man eigentlich auch nur mit Fred und Schimanski gehen. Deshalb mein Dreier-Mittelfeld. Energie pur. Dynamik pur. Ballgewinne sehe ich. Ich sehe Tempo. Dieses Mittelfeld gefällt mir wirklich sehr. Nur die breite fehlt halt. Und die hat man jetzt mit Amrabat. Den kann man für Ismail Yüksek tauschen. Mertakan hat man noch. Aber an diesen Dreien kommt keiner vorbei. Erstmal. Rechts Flügel. Natürlich Irfan Cancavice. Er muss einfach wieder in die Startelf zurückkehren. Boroumen aktuell nicht in der Startelf ist. Kann ich aber auch 100% verstehen. Er ist wirklich nicht ganz fit. Also es ist immer noch ein gewaltiger Unterschied zu dem fitten Irfan Cancavice von letzter Saison. Man merkt es einfach. Diese eine Verletzung kurz vor der EM hat ihn extrem gebremst leider. Und er braucht echt lange. Er braucht echt lange. Aber wenn er dann diese Form oder diese Fitness wieder erreicht, dann können wir alle wieder Irfan Cancavice bestaunen. Also in meiner Mannschaft ist ein fitter Irfan Cancavice gesetzt auf rechts. Dann die Stürmerposition. Ja, ich gebe es zu. Ich bin Team Edin Dzeko. Ich liebe Dzeko. Er ist so, so wichtig für die Mannschaft. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Baccio anstatt Dzeko gegangen ist in diesem Transfersommer. Was ein Typ, was ein Kaptern, was ein Leader. Er carriert diese Saison auch. Acht Spiele, acht Tore. Ist extrem wichtig für die Mannschaft. Jungs, wir reden von einem 38, 39 Spieler. Natürlich wird er hier und da mal schlapp machen und wird ein paar Fehler machen, so wie jeder andere. Aber ich weiß nicht, warum bei ihm so sehr mit der Lupe drauf geschaut wird. Aber trotzdem, wir haben Yusuf Nesiri, wir haben einen Top, Top Stürmer geholt im besten Fußballalter und ein bisschen Tempo da vorne. Meine Flügel werden es nicht so herbringen, das Tempo. Deswegen muss mein Stürmer das machen. Deswegen gehe ich mit Yusuf Nesiri als meinen Stürmer. Linksflügel. Ja, es ist nur noch eine Position übrig und Tadic fehlt. Und ich kann keine Fernanemannschaft bauen ohne Dusan Tadic. Das ist nicht möglich. Für mich, egal wie, egal wo, auch wenn es auf der Sechs ist, Dusan Tadic muss spielen bei mir. Er ist das Gehirn dieser Mannschaft und auf links, wie letzte Saison. Er hat kein Ferdie mehr hinter sich. Das muss man bedenken. Oster Wolde wird nicht so offensiv eingesetzt. Deswegen wird er die Connection mit den Aussteigern nicht mehr so gut haben wie letzte Saison. Aber es ist mir scheißegal. Dann connectet er mit Schimanski in den Halbräumen. Nee, Fred habe ich auf links gepackt. Dann mit Fred in den Halbräumen Tadic macht breit. Dann kommt Ismail als Sechster Bildendreiecke, macht das Spiel schnell. Er ist nicht der Schnellste, aber er macht das Spiel schnell. Und für mich, ja, San Maxima, für die Liga vor allem, weil für mich, Prio Nummer 1 ist Liga und San Maxima ist ein geiler Kicker. Er braucht aber noch ein bisschen. Ey, dieses eine Jahr Saudi-Arabien merkt man wirklich. Und ja, ich brauche Irfan, ich brauche Tadic, San Maxima, sorry. Das ist meine Ferdiecke Startelf. Mach mir mit Gala weiter. Ich habe mich für eine 3-1-4-2-Formation entschieden. Und Tor Muslera, ganz klar, auch wenn er aktuell echt nicht gut ist, aber da fängt es sich wieder und dann ist er vielleicht wieder der beste Superliga-Torwart. Der rechte Innenverteidiger habe ich mich für Davinson Sanchez entschieden. Ich hatte auch überlegt, ihn vielleicht in die Mitte zu packen, weil er mit Abstand der schnellste Innenverteidiger ist und vielleicht hätte er dann mit seiner Schnelligkeit nach links und nach rechts irgendwie entgegenwirken können. Ich habe mich dann aber doch für die rechte Innenverteidiger-Position entschieden in der Dreierkette. Ja, weil der schnellste Innenverteidiger kann auch mit Vorstößen sozusagen hier dem Team helfen. Ist spielaufbautechnisch auch nicht schlecht auf jeden Fall. Deswegen mein rechter Innenverteidiger Sanchez. Und in der Mitte habe ich dann Nelson. Ich finde, Nelsons größte Stärke ist das Verteidigen auf engen Raum. Und jetzt mit seinen zwei Innenverteidiger-Partnern wird er das noch besser machen können, meiner Meinung nach. Also diese athletischen Defizite, sag ich mal, die er hat, könnte man vielleicht echt mit dieser Dreierkette ausbügeln und er könnte sich darauf fokussieren, was er am besten kann. Und auf der links Innenverteidiger-Position muss ich leider einen Abdul-Kerim aufstellen. Ich bin echt nicht der Fan. Seit einem Monat oder so habe ich echt ein bisschen Hass auf den. Obwohl ich weiß, wie gut er war letztes Jahr in der Champions League. Also vielleicht war er echt so gegen November letztes Jahr, Oktober, November, Dezember, die Phase, vielleicht war er echt der beste Super League-Inverteidiger. Aktuell ist er meilenweit davon entfernt. Vielleicht, wenn er ein bisschen abspeckt, ein bisschen weniger ins Stream geht, ein paar Gorilla-Insta-Stories weniger postet und ein bisschen beweglich einfach wird, kann er wieder zur alten Stärke finden. Klar, Linksfuß baut immer noch irgendwie das Spiel gut auf, deswegen LIV passt. So, jetzt kommen wir zur alleinigen Sechser-Position und vielleicht hat es der ein oder andere von euch auf Twitter gesehen. Ich hatte da einen sehr kontroversen Namen. Ich hatte am Anfang Gabriel Sara. Wieso? Ich habe mich an Inter-Mailand orientiert und ich habe versucht, mal Inter-Saray zu bilden. Hakan Charano, du spielst ja bei Inter auf der Sechs. als spielstarker Sechser, sage ich mal. Ich finde, Gabriel Sara hat nach wie vor das Ding, diese Hakan-Rolle zu übernehmen, weil er hat einen guten Schuss, er hat vor allem ein gutes Füßchen, die Übersicht, gute Pässe, gutes Dribbling. Ich finde ihn sogar auch schneller und körperlich auf jeden Fall stärker als Hakan Charanoğlu. Aber ich habe mich am Ende des Tages dann doch nicht für ihn auf der Sechs entschieden, obwohl ich finde, er könnte es machen, aber auch Kampröck wird das sowieso safe nicht machen. Falls, aber ey, dann habt ihr es ja als erst gehört, aber ich glaube, er wird es nicht machen. Deswegen, ich nehme die etwa sichere Wahl, ich nehme Kahn-Eihahn auf der alleinigen Sechs. Auch er ist gut am Ball, gute Übersicht, feines Füßchen, nicht der Schnellste, dafür körperlich Stärke und auch, was so hohe Bälle angeht, Kopfballstark, also dann habe ich etwas einen defensiveren auf der Sechs und gehe ein bisschen die safere Variante. Dann, wenn ich schon von Sada geredet habe, das wird mein erster Achter, mein linker Achter ist Gabriel Sada. Es ist komisch, weil eigentlich würde ich ihn unabhängig von der Formation, ich finde, das ist ein Zehner, ich habe ihn jetzt mal trotzdem aufgestellt, weil du hast dann Kahn-Eihahn hinter dir, du spielst in der Formation mit keinem Zehner, sprich, du kannst dann vielleicht auch wirklich dich ein bisschen offensiver positionieren, vielleicht sollst du das auch, und ich habe eigentlich schon alles zu Sada gesagt, mein erster Achter Sada, daneben natürlich Toreda, sagen wir mal, da Vincent Sanchez macht öfter Vorstöße von der rechten Innenverteidigerposition, dann könnte sich Kahn-Eihahn auch wirklich in die Innenverteidigung zurückfallen lassen, also in die Dreierkette, könnte von da das Spiel aufbauen und dann würde vielleicht Toreda auch ein Stück wieder auf die sechste Position zurückkehren, oder du hast einen Kahn-Eihahn da auf der Sechs und Toreda läuft hier im Offensivpressing sich die Füße rund. Diese Formation bis jetzt hat Vor- und Nachteile, aber sie ist auch sehr variabel und deswegen gefällt es ihm eigentlich, Toreda und Gabriel Sada auf der Acht. Ja, unsere Wingbacks, ich glaube, mit dem offensichtlichsten fange ich an, Baris Alperilmaz auf der rechten Wingback-Position ist bisher jetzt die Mischung aus rechter Flügel und Rechtsverteidiger vielleicht echt das Perfekte, was er braucht, weil er hat manchmal Rechtsverteidiger gespielt, manchmal Linksverteidiger, manchmal Stürmer, manchmal auf den Flügeln und diese rechte Wingback-Position ist dann doch irgendwie voll für ihn gemacht, körperlich stark, ausdauertechnisch sehr stark und das Beste ist, er hat ja ab und zu so ein bisschen betont, ja, ich fühle mich eigentlich offensiv stärker, aber so, wenn es defensiv sein muss, bin ich auch am Start, jetzt hast du gar keinen Redebedarf mehr, jetzt musst du da spielen, es gibt keine Flügel, es gibt keine Viererkette, es gibt nur noch die Position und da musst du spielen, ob du willst oder nicht, aber ich glaube, das ist die gemachte Position für Baris. Auf der anderen Seite haben wir nicht Jelat, sondern Ismail Jakobs, ich war anfangs etwas negativ gestimmt, diesem Transfair gegenüber, aber mittlerweile habe ich auch ein bisschen mich abreagieren können und sehe sogar, dass er ziemlich oft den linken Wingback gespielt hat, aktuell auch bei Monaco, also die letzten Wochen und hat das auch relativ gut gemacht, ist gut in der Saison gestartet, ist ein tendenziell eher defensiverer Spieltyp, also ich erwarte jetzt keine Antilino-Flanken von ihm, aber vielleicht nicht mal so verkehrt, wenn deine ganze Mannschaft schon eher offensiv ist, so dass du, vor allem auch mit Baris auf der anderen Seite, dass du dann ein bisschen defensiver bist, ich glaube, Ismail Jakobs wird einen guten Job machen, auch mit seiner Schnelligkeit und seinem Körper betonten Spiel. Klar, wir sind jetzt bei den zwei Stürmer-Positionen angekommen, die habe ich an sich schon verraten, Ikari und Ozyman, das wisst ihr wahrscheinlich selber. Wenn wir schon jetzt bei Inter Sarai sind, ich finde wirklich, dass man bei sehr vielen Positionen hat man hier ähnliche Spielertypen, das gleiche gilt auch für Ikari und Ozyman, klar, es ist kein Lautaro und es ist kein Thüram, aber jetzt wirklich mal so ganz grob überlegt, du hast einen argentinischen Stürmer, der zum Teil auch echt gute 10er-Qualitäten hat, technisch stark, genau wie ein Martinez, klar nicht 1,20-gleicher Spielertyp, aber sie ähneln sich schon, finde ich, und dann hast du deinen Ozyman beziehungsweise deinen Thüram, also Thüram hat ja auch jahrelang Linksflügel bei Mönchengladbach gespielt, also ein schneller, körperlich stärkerer Spielertyp, klar, Ozyman ist, finde ich, der bessere Spieler und bringt nochmal völlig andere Qualitäten mit, aber so die Kombination aus den beiden könnte schon echt sexy werden, deswegen Ikari, Ozyman, here we go, there we land, nee, aber ey, das ist meine Aufstellung, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr rum experimentiert, aber vor allem spielt es europäisch, spielt es in der Liga, das ist ja immer noch so ein Unterschied, das ist glaube ich so die most balanced, ausgewogenste Aufstellung, die ich jetzt machen konnte mit dem aktuellen Kader, ich wünsche mir dann noch ein, zwei Transfers, ob die kommen werden, ist die andere Frage, aber ja, was denkt ihr? Und, wichtig, kommentiert, wie ihr, welche Ausstellung findet, was ihr vielleicht ändern würdet und abonniert den Kanal, ist kostenlos, lasst Support da, lasst Liebe da, wir sehen uns, Tot, 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 tot.